Kommen du jetzt endlich zu uns. Hallo Leute, hier ist euer Zockkopf. Ich hab da den coolen Typen gefunden. Und Jason. Ja, Jason ist auch wieder mit dabei. Ich hab da den extrem coolen Typen gefunden. Ich denke, er hat mich da jetzt als Geisel genommen und will, dass ich da runterspringe. Ich weiß es nicht. Spring, spring, spring. Schau, er springt da. Ja, komm, ich warte auf ihn. Er soll als erstes da. Los, komm. Ich spring schon. Er hat schon klappt, er hat schon klappt. Nein, hallo. Soll ich ihn runterstoßen? Kann ich ihn runterstoßen? Ich stoße ihn da jetzt runter. Ja, mit, mit ihm. Also so gemein bist du, dass es nicht zu fassen. Nein, geh komm bitte. Er sagt, ich soll ihm folgen. Also er schreibt so, ich soll kommen. Und dann komm ich und was ist? Er schaut da und er greift so mit mir aufs Tag, schaut runter und will, dass ich spring. Hallo? Was ist mit ihm? Ich gehör doch nicht zu seiner Sekte oder so, dass ich Selbstmord begehe, was weiß ich. Nein, echt jetzt. Also das weiß ich nicht. Jetzt was ist denn los mit ihm? Er lasst die Waffe fallen. Passt, er ist Freund. Ja, thank you. Jetzt knall ich dich ab. Nee, Spaß. Er gibt mir alles. Passt, gib her. Ja, gib her. Komm. Gib mir alles. Er lässt alles. Er gibt mich. Jetzt schlagt er mich auch noch. Ist er blöd, er ist. Oh, oh. Er ist weg. Er ist weg. Er ist so cool. Er hat mir alles gegeben. Jemand hat mich getötet. Jemand hat mich getötet. Aufpassen. Er heißt... Oh. Ich mach kurz, kurz, etwas kurz. Ich nehm das weg. Und ich hab die Waffe. Ich hab... Oh, ich bin viel zu weit. Also der Typ war echt nett. Der Typ war echt nett. Er gab mir seine Waffe und... Etwas zum Trinken und dann irgendeinen Block. Dann... Nachher... Hat er mir eine reingehaut und ist verschwunden. Und was? Neu hier und schon da. Haha. Okay, wo bist du jetzt eigentlich? Was hast du gesehen? Neu hier? Was hast du gesehen? Neu hier und bist schon am fighten. Hey, wo bist du eigentlich, Mann? Ich seh dich nicht auf der Karte. Das ist nicht gut. Ich seh dich nicht auf der Karte. Oh, Alter, du bist am anderen Ende der Welt. Ja, ich weiss. Wir werden uns niemals finden. Niemals. Alter. Ja, der, 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 der hat mich getötet. Ich kann nichts dafür. Nein, 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 nein. Was, was, was sagt... Oh, da ist ein Schwein. Da ist ein Schwein. Oh, das sind die besten Freunde in dem Spiel. Wirklich. Das ist das Wichtigste. Absolut Wichtigste in dem Spiel. Nimm das Schwein. Was passiert, wenn ich ihn töte? Scheiße, da ist ein Zombie. Egal. Mit was kann ich ihn schlagen? Ich habe aber nicht zum Schlag. Box ihn, box ihn. Ja, voll box ihn. Boah, die sind urviele Leben, ich bin fast tot. Ja, bastee, verreckt nochmal einmal und euer, ich finde urviele Granaten. Ich weiss nicht, ob das, ob die, ob die funktionieren. Ich weiss nur, ich mache einen auf Rambo. Ja, ich bin Rambo. Ja, ich habe Papier. Ne, ich schlag dich nicht mehr. Die sind verdammt stark, die Zombies hier. Ach, komm, hey. Ich höre auch einen. Wo ist er? Ich höre einen. Er macht... Komm, willst du fighten? Ach, da ist er. Da ist er noch. Hallo. Na komm, mein Lieber. Hallo. Mein Lieber, komm zu mir. Au, hey, hey, hey. Warum so aggressiv? Ich habe ihn getötet, er hat mich getötet. Ja, dann seid ihr quitt, oder? Ja, das will ich auch sagen, ne? Ach, komm, ach, komm. Los, los. Oh, das ist... Hey, da bist du gleich bei mir. Ah, ich bin bei dir. Ja, komm, wir tun ein Zombie-Boxen. Ja, so, wir haben nichts. Reicht. Ach so. Du hast leer gerannt, ja. Ja, ja, da gibt es nichts mehr, kannst du vergessen. So, ich habe den Zombie-Aletik. Oh, oh, geil, ich habe das Beste, was es gibt. Ich habe etwas Gras. Und dann habe ich Paper. Oh, oh, oh. Und es funktioniert nicht. Was riecht so bonnet? Ich wollte nur ein bisschen chillen, Mann. Nur ein bisschen chillen. Okay, nein, das haut nicht hin. Das haut nicht hin. Alter, das haut nicht hin. Oh, ich höre da irgendwas. Ah, ich höre dich. Oh, mein Gott. Hey. Nicht boxy. Nein. Nein, nein. Sonst stirbst du ja. Leute, darf ich vorstellen, Jason. Hey, Jason, ich habe eine Waffe für dich. Komm her. Yay. Da. Aber ich habe keine Munition für die Waffe, also aufheben. Warte, ich habe Buller, aber ich habe, glaube ich, genug. Was passiert, wenn ich dir in den Kopf schließe? Dann bin ich tot. Nein, das wollen wir gar nicht probieren. Ich würde gerne was probieren. Ich würde gerne was probieren. Warte kurz, aber nicht bei dir. Ich will dich nicht töten. Was ist das? Was machst du mit Hand? Was ist das? Du bist umbeten. Eine Tablette. Nein, nix. Eine Tablette. Warte, was ist das? Nein, das ist... Ach so, das ist... Ist das nicht für Frauen das Teil? Ja, natürlich. Ich habe nur so Teile, was Frauen gehört. Okay. Also halt was... In den Krieg? Ich kann nicht mehr laufen. Ich bin echt schwach. Ich muss mal was essen. Warte, ich gebe dir was. Komm her. Ich habe eh genug. Ich habe eh... Oh, nee. Ich habe genug, aber ich verreck. Ich verreck gleich mal nicht dort. Hier, am Boden. Nein, nein. Ich habe eh... Du kannst nicht rohe Eier essen. Du musst zuerst da... Dann, ich habe hier das. Was? Katzenfutter. Na, warte. Hundefutter. Hier. Hundefutter, noch besser. Hier am Boden. Hier. Collection of Dogfood. Oh yeah. Oh yeah. Aber ich habe auch Chicken. Willst du Chicken? Chicken. Ich habe eh Fleisch. Was habe ich da? Ich habe auch Fleisch. Ich habe Eier. Ich habe sogar Pokale. Ich bin der Erste. Ich habe drei Pokale. Das heißt, was bedeutet ich, dass ich... Ich habe auch drei Pokale. Nein. Ich habe nur drei Pokale. Gib sie sofort her. Du hast sie mir weggenommen. Gib sie zu. Das sind alle meine Pokale. Ich habe sogar einen Knochen, alter. Knochen. Hey. Hier, am Boden. Passt. Meine Pokale. Danke. Bitte. Okay. Wo gehen wir jetzt? Ja, ich... Ich habe gesagt, es wird schon fieser. Ich gehe jetzt bald runter. Ja, aber weißt du, mir ist aufgefallen, der Tag dauert extrem lange. Das heißt, die Nacht dauert auch uhr lange. Das heißt, wir müssen uhr aufpassen. Wirklich. An deiner Stelle, solange du die Waffe nicht brauchst, würde ich sie ins Inventar reinstopfen. Nicht, dass du sie verlierst, ne? Oh, hey, ich höre da was. Ja. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da links, glaube ich. Das ist der Michael. Hallo, Michael. Oh, mein Gott. Erlauben. Oh, mein Gott. Nein, ich will nicht sterben. Ich verblute schon wieder. Oh, nee. Ich verblute. Ich verblute. Wo ist das Verbandszeug? Da ist das Verbandszeug. Verbandszeug. Oh, oh. Ich töte den jetzt. Ja, mache ihn, mache ihn, mache ihn, mache ihn, mache ihn, mache ihn, mache ihn. Komm. Okay, dort. Oh, super. Oh, nee. Ich werde beinahe verblutet. Oh, nee, 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 nee. Ja, das macht nichts. Das macht nichts. Egal, alter. Egal, hey. Okay, ganz ehrlich, wir brauchen Action. Wir müssen irgendwas finden. Da, da, da. Was ist los mit dir? Wo bist du? Ich suche Munition. Okay, habe ich mehr als genug jetzt. Jetzt können wir in den Krieg gehen. In den Krieg ziehen, ziehen wir den Krieg. Los, Mann. Yeah, Krieg. Yeah, Krieg. Krieg, Krieg. Übermotiviert. Überdimensional motiviert. Haha. Okay, finde ich geil. Finde ich geil. Finde ich gut. Wir könnten ein bisschen Action brauchen. Ich meine, das Überleben hier in der Wildnis. Ja. Oh, je. Warte, ich trinke ein bisschen Wasser. Ich habe Durst, dass ich laufen kann. Das ist extrem. Meine Ausdauer ist gleich sofort futsch. Ich meine, ich habe überhaupt, überhaupt keine Ausdauer. Aber wenn du Wasser trinkst, bekommt man wieder, ne? Ja, das schon. Aber das, achso. Hier ist alles leer gerade. Ja. Ja, leider. Mowgli, Brett. Mowgli, Brett. Mowgli, Brett. Ja. Verdorbenes Brot. Okay, wo gehen wir hin? Wir gehen die Straße entlang, okay? Dort hinten ist... Aber weißt du was eigentlich? Ähm, auf Englisch bedeutet Mowgli... Oh, scheiße. Übersetzt. Schirch. Ja. Der Typ war eh Schirch. Hast du nicht gesehen? Hab mir das Gesicht zusammengefallen. Ja. Oh, nein, nein, nein. Oh, nein, nein, nein. Er war schön, auf ihn zu beleidigen. Er war mir ein Freund. Er redet mich so über. Ich kenne ihn eh schon wohl lange, hey. Er hat sich halt verwandelt. Das kann man ja nichts machen dagegen. Pubertät nennt man sowas. Bickel im Gesicht, alles mögliche. Ja, ich verstehe das. Oh, was gibt's da Schönes? Da gibt's nix. Okay, da gibt's nix. Da ist mein Freund, ich geh ihn kurz besuchen, ne? Ich da ist mein Freund. Willst du dich mal, wie ich dein Freund besuche? Ja. Alter, ich steh nicht so auf Gruppendinger da. Nein? Okay, komm. Da ist hinten ist mein Freund. Willst du ihn besuchen? Oh, fettig, halloo. Warte, ich... Ein Fuss in den Kopf und der ist tot. Na, hoffentlich. Ja, also bei mir war's doch. Warte, ich nehm... Ich nehm mich. Nehm mich, nehm mich. Es gibt jetzt zwei. Ich nehm den zwei. Nein, du kannst die beiden fettn haben. Wieso? Die sind so süß. Sind so süß? Ich fett ihm in den Arsch. Der läuft, alter. Kannst du nicht mehr spülen. Warte, jetzt sind du stark. Schau, die halten nur viel aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, du musst richtig n' Kopf schauen. Alter, ich hab ne Schrotflinte. Ich mach das richtig, Mann. Hehehehe. Wow, ey, warte, komm her. Ich heb dir Schrotflint-Monition. Komm her, warte. Warte, warte, ich möchte nur gucken. Ich möchte nur gucken. Warum kann ich denn nicht gucken? Ah, warte, warte. Oh mein Gott, was ist da los? Hier am Boden. Wo bist du? Ja, okay. Hier am Boden. Ich hab schon, danke, Mann. Okay, bitte. Ich hab 56 Bullet, aber die sind anscheinend die andere Waffe. Nein, der ist, die Bullet, ich sag dir das jetzt schon zum 80.000 Mal. Hehehe, ganz ruhig, ganz ruhig. War nur Spaß. Ich wollte das nicht. Aber die Bullet, die kannst du nicht benutzen. Das sind leere Hülsen, Patronhülsen. Schon verwendet. Du kannst sie wiederverwerten. Du kannst mit Schrotpulver oder whatever auch immer. Kannst du sie neu zusammen draften, also dass du die Munition hast. Ja, das hab ich Gunpowder. Hab ich gehabt, scheiße. Ja. Ja. Wurscht. Ähm. Ja, hörst. Ich, ich, ich. Ich hab gesagt, das war bei mir jetzt die erste Folge. Nein, das warte. Ich mach da kurz. Das war bei mir jetzt die erste Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir hat's gefallen. Okay. Euch hat's auch gefallen. Gebt das zu. Hey, 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 hey. Alter. Einfach nur Daumen hoch. Daumen runter. Und abonnieren. 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 Nein, nein. Ich bin kein Schnorrer. Na, egal. Aber ich bin einer. So leise. Abonnieren. Okay, danke. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.